Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde. Oh Gott, ich glaube, ich mache das lieber alleine heute. Ja, dabei ist der Bambologie alias Killerponix alias Nervig alias... Hier ist der, der einzig wahre... Aua. Ey, so böse bin ich gar nicht. Doch, vor der Aufnahme warst du es schon so böse. Und wir spielen hier das Minecraft The 1.7.10 Pack. Ich hasse solche Namen, die irgendwie so mega anspruchsvoll sind. Du kannst ja gerne mal in den Startsquemen gehen und das geile Server-Icon zeigen, was ich extra für die Rank machen habe. Ja, gut, kann ich probieren. Oh Mann. Und das Ding hat so ewig lange Ladezeiten bei mir. Oh, 30 Jahre, ey. Ja, hier, bitteschön. Habe ich gut gemacht. Ja, er hat sich selbst übertroffen. Ja, finde ich auch. Aber geholfen hat es ihm nicht. Ich habe ihn trotzdem verprügelt. Ich musste den Server dreimal neu starten dafür. Hier. Schnapp auf. Wupp. Wupp. Oh, was jetzt? Ich bin gerade zum Bedrock runtergelegt. Oh. Hast du das gesehen? Nee, du stehst. Das war gruselig. Ja, jetzt. Gut, ich baue auch Bäume ab. So kann man nicht spielen. Junge. Das ist unglaublich. Unglaublich. Kennst du mich? Ich werde das Ganze übrigens so machen, dass ich einfach nur die besten Momente zusammenschneide. Heißt, wir nehmen eine Stunde auf und das packe ich dann zu einer Folge zusammen oder so. Mal was anspruchsvolleres. So. Ähm. So. Erstmal. Sachen habe ich. Und das Witz... Brauchst du die ab? Äh, nö. Ich sammle nur ein bisschen Holz kurz. Ja, dir auch. Das Witzige, als ich eben irgendwie in den Boden reingeglitscht bin, hat es mir angezeigt, dass ich den Erfolg-Lag-Profile oder so bekommen habe. Ja, Mistcrapf ist backing... backing... Ey, diese Kinderbörder, weißt du? Schaf! Diese Kinderbörder, die Schafe töten, weißt du? Ach. Neee. Guck mal, ich bin ein Schaf. Du stirbst gerade. So. Ja, wäre ganz gut. Immer muss man den... Warum gehst du? Ach, guck mal. Du bist wieder reingegangen in den... What? Was zur Hölle war das? Doch, du was? Du was? Äh, nein. Was für ein Ritter soll ich denn hier sein? Neben mir war plötzlich so ein Ritter und der hat mich gekillt und ich läge rum. Ja, da steht irgendwas von... Naja, hast du mal in den Deadlock geguckt? Ja, da steht... Killed by Kindle... Erdblock! Erdblock macht sich mobil! Ach, das war dieser Erdblock, der dich angegriffen hat. Guck mal. Ja, guck mal, was ist dieser Typ? Ah! Wow. Der Junge dritt durch! Ah ja, ich seh's. Damit hatte ich halt überhaupt nicht gerechnet. Och, na super. Jetzt bin... Nein, nicht hier rein. Nein. Lol, guck mal. Na, das wollte ich dir eigentlich nicht zeigen, sondern hier oben. Wo kommen die... Ja, schon wieder ein Skelett. Die werden beobachtet. Noch ein Zombie. Ne, ist eine Witch. Nein, nein. Geil. Geil! Noch nen Creeper. Ich bin Rang 1 auf dem Server. Im Toten. Okay. Ey, fuck, ist das nicht so, wenn alle Leben weg sind, dass man Dings dann löschen muss? Die Welt? War da nicht irgendwas? Das ist gezielt ausgeschaltet. Bei mir ist das echt spannend. Oh, ich hab nen Brücken bekommen. Einen Fallen hab ich. Ist hier noch ein Skelett? Oh, meine Hacker, ne? Ah ne, ich hab einen Minenschaft gefunden. Ah, hier hab ich meine. Ich hoffe, ich find das wieder hier später. Ansonsten hab ich da ein Problem. Ja, wie, welche, welche Taste ist das? Kannst du einfach auf den Map gehen, mit M. Und dann da links, rechts fliege, wo es auch, ich ahne. New Waypoint. Good luck. Heißt der Waypoint jetzt. Okay, hat funktioniert. Alles verstanden. Alter. Mir zeigt das nicht zufällig irgendwie Mobs an auf der Karte? Äh, ja. Äh, ja, aber keine, keine Tiere, die ich essen kann. Ah! Hallo, Püfer. Weiß nicht, bitte, ich bin ein schlauer Fighter. Ich hau die einfach um die Ecke rum. Ich hab ein Schweinchen gefunden. Das hat ein Meda-Berwuch gefunden. Da bring ich mal welche mit und Saplings. Ach, nein. Ja, bitte. Tu. Das ist so nervig, wenn ich hier am Ende... Ah! Also ich wein' ja nur. Todesstatistik oder so. Du willst nicht zufällig fälschen? Junge, ne? Junge, ne? Ich guck so nach rechts, ne? Platzier ne Fackel. Plötzlich steht so ein Creeper neben mir. Kuckuck. Also links, ne? Ja, gut. Oh mein Gott. Oh, fuck. Ja, die Base findet jetzt gar nicht mehr. Ähm, wenn du die Richtung findest, da sind ganz viele Fackeln obendran. Ach, ich hab doch dieses Creeper-Loch gemacht. Das muss ich doch irgendwie finden. Stimmt. Das Creeper-Loch, das dürfte irgendwie... Wow. Vor allem, das wär so fällig gewesen, wenn ich dann nochmal gestorben hätte. Diese drei Creeper. Hier ist eine mutierte Kuh. Na egal, ich töte die einfach mal und ja. Hat die Doppelfleisch im Bauch oder haben ja so ein Püppelfleisch im Bauch? Äh, nein. Hast du's eben das Erschiffen gesehen? Falls das eins war, Pic-Head. Das hatte nen Schwein auf dem Kopf. Sah nicht gesund aus, aber trotzdem. Das sind die ganzen Hüte, ne? Ding. Ding. Profiling complete. Ja, hab ich auch. Cool. Nein. Hier ist irgendwas. Obsidian Totem. Soll ich das abbauen? Äh, brauchst du dafür eh Diamond Pig-Hanks. Echt? Ja. Bei mir steht, ist ein Haken bei currently harvestable. Ja, selbst wenn, da kommen dann so OP-Typen raus. Kling dich instill. Okay, danke für die Warnung. Dann hörst du mir. Oh. Hier hast du ein Zombie-Brain. Boah, was sind denn das für komische Geräusche hier im Hintergrund? Ja, der hat das für Baby-Zombioten. Was? Ja, der hat das für Baby-Zombioten. Das klingt wie, äh, keine Ahnung, irgendwie. Guck mal, was ich esse. Ich bin dann 14. Okay. So, ähm, ich hab ein Stack Eisen mitgebracht. Mach doch, ist denn da oben, look. Ach, die verbrennen. Das ist cool, das ist gut. Schmack verbrennen. Ähm, haben wir noch einiges auf Eisen? Ähm, ja, 14 oder so sind wir noch hier drin. Gebranntes. Gebranntes. Äh, zwei müssten wir noch irgendwie haben. Vier, vier nur noch. Vier, dann war's vier. Ja, weil ich wollte mal was dann machen. Aber wir haben wieder einiges zu essen. So. Jetzt sollte ich das auch mal essen. Guck mal, grad, ob man sich noch was anderes Schiss glätzt oder so noch. Ja, die, die ist geil, die hätte ich gern. Ähm. Heavy Duty. Compressed Steel. Nee, das ist zu teuer. Titanium, nee. Of course. Hey, wir können uns aus Obsidian-Rüstung machen, ne? Uh. Obsidian-Rüstung. Wie viel Osmium hast du? Äh, das ist komisch, eher. Wait a minute. Hier müssen... Hier müssen welche drinne sein. Osmium, oh, zehn Stück noch. Und der hier oben. Und... Wir haben... Wir haben... 22. Ja, warte, und hier sind noch zehn, die tue ich mit dir rein. Ja, wir brauchen 24. Kann ich mir ne Rüstung wieder rausmachen? Nein! Dann nehmen wir meine Kohle raus. Damit das Tier auch noch durchbrennt. So, ich hab mir jetzt auch was draus gebaut. Guck mal. Na? Was denn? Ich bin jetzt voll. Achso, ich stell... Nein, du Schissblint hast. Hast du gemacht, ne? Mhm. Ja, quasi. Oh, wie will ich das aufreden? Ich hab eben mal mein Inventar noch auf Recype Mode umgestellt. Ich brauch... Ich guck jetzt nämlich mal was. Ja, ja, hab ich auch schon. Ich tu einfach mal alles in die Kiste, was ich so reintun kann. Na, Mann, ich guck immer in die Öfen rein, wenn ich was anderes will, eigentlich. Gibt es irgendwie ne Möglichkeit, Strings herzustellen? Wir haben keine... Wir haben keine... Die war Klauste und rüsten, ne? Na... Warst du jetzt eigentlich schon in meiner Rüde, also ist die fertig ausgenommen? Äh, ja, ich war kurz drinnen, aber bin dann wieder rausgezogen. Wow. Okay. Also, wir können uns wirklich aus jedem Material ne Rüstung machen. Pff. Das ist cool. Wo könnte man die Hüte aufsetzen? Hier, oder? Anderen, eigentlich. Oh, Heads. Ach, jetzt kann ich... Jetzt kann ich meinen geilen Skeletten... Skull wieder aufsetzen, ne? Mit dem geilen Headset. Guck dir's mal an. Wie geil das eigentlich aussieht. Hallo! Sieht voll geil aus, ne? Ja. Schau mal an, ob er sich im Kopf... Ich mach mein Steinschwert jetzt an dir kaputt. So. Ey. Du willst dir das doch eh nicht behalten. Guck, ich bin nett. Ich geb dir sogar was. So. Das war's dann jetzt auch erstmal mit der ersten Folge. Wie immer, Videobeschreibung, da findet ihr ein paar schicke Links. Und wie immer auch wieder bitte kommentiert, ob euch das gefallen hat. Ob ich das weitermachen soll. Ich hab jetzt hier ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden Aufnahme so in dieses eine Video zusammengemodelt. Wie gesagt, wie gefällt euch das? Soll ich das weiter so machen? Zumindest so die ganzen Farmpassagen kann ich hier mal zusammenschneiden. Und danke nochmal an alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Und in der nächsten Folge könnt ihr euch freuen auf Synchron am Rad drehen und vieles mehr. Bis dahin. Mal, jetzt dreht sich der Synchron. Bei mir nicht. Bei mir bis jetzt alle Schiffstuhl und die Bag bipolar separat. Ich classiere auch ein paar Leute zu dir so über Folgendes, wie haben wir im Bildsch Arias noch владetiert. Also lastly wirklich auch ein paar Song. Bis jetzt, ich so glaube ich habe dich über היא wieder in ja Alf